Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, am 5. Juli 1943 begann bei Kursk die letzte große deutsche Sommeroffensive des Zweiten Weltkriegs. Die Wehrmacht wollte mit dieser Offensive den Frontbogen rund um die Stadt Kursk abschneiden. Von einem Sieg bei Kursk erhoffte sich die deutsche Führung fünf Ziele zu erreichen. 1. Sollten die starken sowjetischen Kräfte im Kursker Frontbogen eingekesselt und zerschlagen werden. 2. Wollten die Deutschen die Rote Armee durch einen Sieg bei Kursk so sehr schwächen, dass die Rote Armee 1943 nicht mehr fähig wäre, große Gegenoffensiven durchzuführen. 3. Sollte damit nicht nur den Sowjets, sondern auch dem deutschen Volk und den Verbündeten und Neutralen demonstriert werden, dass die Wehrmacht zumindest im Sommer unbesiegbar sei und den Krieg letztendlich gewinnen würde. 4. Hätte die Wehrmacht nach dem Abschneiden des Kursker Frontbogens die eigene Front stark verkürzen und dadurch Reserven gewinnen können. 5. Hofften die Deutschen, dass es bei Kursk gelingen würde, riesige Zahlen gefangener sowjetischer Soldaten einzubringen, denn die deutsche Wirtschaft liegt unter Arbeitskräftemangel und die gefangenen Rotarmisten sollten als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschickt werden. Bereits nach einer Woche scheiterte die deutsche Offensive mit dem Decknamen Zitadelle. Am 12. Juli 1943 trat die Rote Armee bei Aureol zur Gegenoffensive Operation Kutuzov an. Die Deutschen mussten ihren Angriff auf Kursk abbrechen und zur Abwehr übergehen. Die Rote Armee übernahm endgültig die Initiative und gab sie bis zum Kriegsende nicht mehr aus der Hand. Diese Ereignisse sind Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicherlich gut bekannt. Denn die Schlacht bei Kursk ist eines der berühmtesten Ereignisse des großen Vaterländischen Krieges. 77 Jahre nach dem Ende dieser Schlacht ist und bleibt unbestritten, dass Kursk ein großer sowjetischer Sieg war. Die Deutschen konnten keines der fünf genannten Ziele erreichen. Die Wehrmacht konnte die Initiative nicht zurückgewinnen. Und vielen Deutschen, einschließlich Hitler, war nach dem Sommer 1943 klar, dass ein militärischer Sieg über die Sowjetunion nicht mehr möglich war, solange das Deutsche Reich an mehreren Fronten Krieg führen musste. Unbestritten ist ebenfalls, dass bei Kursk die große Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs war. Ein von mir sehr verehrter Lehrer hat immer gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so gibt es auch im Fall Kursk Ausnahmen. Nämlich Autoren, die behaupten, Kursk sei gar nicht die größte Panzerschlacht gewesen. Einer dieser Ausnahmen ist Alexei Issaev. Issaev behauptet, nicht Kursk, sondern die Panzerschlacht bei Dubno 1941 sei die größte Panzerschlacht gewesen. Issaev ist jedoch eine Ausnahme, wie gesagt. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Und in der Regel kann kein Zweifel daran bestehen, dass Kursk die größte Panzerschlacht war. Ich selbst habe dazu für die englische Ausgabe meines Buchs über Kursk ein kleines Kapitel verfasst. Darin vergleiche ich Dubno und Kursk und zeige, dass Dubno zahlenmäßig nicht annähernd an Kursk heranreicht. Für meinen Vortrag ist das jedoch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass diese beiden Fakten, größte Panzerschlacht und sowjetischer Sieg, ziemlich die einzigen Tatsachen sind, bei denen sich fast alle östlichen und westlichen Historiker einig sind. Schon bei der Definition, welchen Zeitraum die Schlacht bei Kursk überhaupt umfasst, gibt es abweichende Meinungen. Manche westliche Autoren haben als Schlacht bei Kursk nur die deutsche Offensive mit dem Decknamen Zitadelle im Juli 1943 beschrieben. Aber auch dabei handelt es sich um eine immer kleiner werdende Minderheit. Die meisten Historiker akzeptieren inzwischen die sowjetische und russische Definition, dass die Schlacht bei Kursk insgesamt 50 Tage dauerte und mit der Befreiung von Kharkov am 23. August 1943 ihren Abschluss fand. In vielen anderen Punkten herrscht unter den Historikern jedoch nach wie vor Uneinigkeit. So schreiben einige russische Historiker bis heute, Kursk sei eine Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges gewesen. Die jüngere westliche Forschung geht jedoch davon aus, dass die militärische Kriegsentscheidung schon früher gefallen war, bereits nach dem Scheitern des Weltzugs von 1941 auf Moskau und von 1942 auf Stalingrad und in den Kaukasus sowie beim Kriegseintritt der USA sei der Krieg militärisch entschieden gewesen. Denn dann habe das deutsche Reich nicht mehr die Kraft gehabt, die Sowjetunion militärisch zu besiegen. Auch ich glaube, dass selbst ein deutscher Sieg bei Kursk die Rote Armee nicht mehr entscheidend geschwächt hätte. An der hoffnungslosen Gesamtsituation hätte sich für die Deutschen nichts geändert. Der Krieg hätte vielleicht länger gedauert, aber gewonnen hätte ihn das deutsche Reich trotzdem nicht. Insofern halte auch ich es für falsch, die Schlacht um Kursk als Entscheidungsschlacht zu bezeichnen. Eine falsche Vorstellung, die auch heute noch in Russland verbreitet ist, ist der Glaube einiger Historiker, die deutsche Offensive auf Kursk sei eine strategische Operation mit dem Enzel Moskau gewesen. In Wirklichkeit hatte die Operation Zitadelle nur begrenzte Ziele. Nach der Abschnürung des Kursker Frontbogens und der Zerschlagung der sowjetischen Truppen im Raum Kursk sollten die deutschen Panzerverbände nach Westeuropa verlegt werden. Denn Hitler rechnete damit, dass die Westalliaten bald ihre zweite Front in Frankreich eröffnen würden. Die meisten deutschen Panzerdivisionen sollten deshalb als operative Reserven gegen die Engländer und Amerikaner zur Verfügung stehen. Ich zeige Ihnen hier eine Karte, die ich nach den Originalunterlagen der Wehrmacht selbst entworfen und gezeichnet habe. Darauf sehen Sie die wirkliche deutsche Planung für die Offensive auf Kursk. Eine weitere Fehleinschätzung, die unter russischen Historikern bis heute verbreitet ist, ist die Vorstellung, die Panzerschlacht bei Prochorowka am 12. Juli 1943 sei der wehende Punkt der Kursker Schlacht gewesen. Aus russischer Sicht mag diese heftige Panzerschlacht ein bedeutender Einschnitt sein. Aus deutscher Sicht war sie das nicht. Gerade am Abend nach der Panzerschlacht besuchte der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall von Mannstein, persönlich die bei Prochorowka kämpfenden deutschen Verbände. Aufgrund der schweren Verluste, welche die sowjetische 5. Garder-Panzerarmee an diesem Tag bei Prochorowka erlitten hatte, betrachteten die Deutschen diesen 12. Juli 1943 als großen eigenen Sieg. Mannstein glaubte nun, stünden seine Truppen kurz davor, die Schlacht zu gewinnen. Ich möchte dazu betonen, dass ich Mannsteins Auffassung nicht nur aus seinen Erinnerungen kenne, die Mannstein erst nach dem Krieg verfasste. Die Aussage, der Sieg sei für die Deutschen nach der Panzerschlacht vom 12. Juli nun greifbar, findet sich bereits in seinem bisher unveröffentlichten Tagebuch vom 13. Juli 1943. Mannstein irrte, denn die deutsche Offensive Zitadelle war am 13. Juli in Wirklichkeit bereits gescheitert. Der Wendepunkt war aber nicht Prochorowka, sondern die sowjetische Offensive Aforol, die Operation Kutuzov. Sie begann am 12. Juli 1943, demselben Tag, an dem weiter im Süden die Panzerschlacht bei Prochorowka stattfand. Nicht die Kämpfe bei Prochorowka, sondern Operation Kutuzov zwang die Deutschen, die Offensive Zitadelle abzubrechen und zur Verteidigung überzugehen. Damit kann ich gleich überleiten auf die falschen Sichtweisen, die in Deutschland und in anderen westlichen Ländern bis heute über die Schlacht bei Kursk verbreitet werden. Bleiben wir bei der sowjetischen Offensive Aforol, der Operation Kutuzov. Sie wird bis heute im Westen deutlich unterschätzt. Noch immer hält sich unter westlichen Historikern nämlich die Legende, Hitler habe die Offensive auf Kursk wegen der angloamerikanischen Landung auf Sizilien abgebrochen. Diese Aussage stammt ursprünglich von Erich von Mannstein. Seine Erinnerungen dienen den meisten Historikern, die über Kursk schreiben, bis heute als eine Hauptquelle für die deutsche Sicht auf die Schlacht bei Kursk. Mannstein glaubte damals wirklich daran, dass die alliierte Landung auf Sizilien eine wesentliche Rolle gespielt habe. Ich selbst habe durch meine Forschungen jedoch nachweisen können, dass die Landung auf Sizilien überhaupt keinen direkten Einfluss auf den Abbruch der deutschen Offensive auf Kursk hatte. Entscheidend war in erster Linie die sowjetische Offensive Kutuzov. Eine Nebenrolle spielte auch die sowjetische Offensive im Donbass, die am 17. Juli 1943 begann. Die Deutschen erwarteten diese Offensive schon längere Zeit. Leider gehört diese Donbass-Offensive vom 17. Juli 1943 nach wie vor zu den vergessenen Schlachten. In Deutschland gibt es kein einziges Buch darüber. Der Abbruch der Offensive auf Kursk ist zugleich ein gutes Beispiel für die bis heute anhaltende westliche Tendenz, für alle Fehlentscheidungen auf deutscher Seite allein Adolf Hitler verantwortlich zu machen. Bis heute findet man in der Literatur über Kursk immer wieder Behauptung, der Zangenangriff gegen den Kursker Frontbogen sei Hitlers Idee gewesen. Er habe diesen Angriff gewollt, obwohl seine Generäle dagegen gewesen seien und versucht hätten, ihm die Operation Zitadelle auszureden. Diese Behauptung ist in zweifacher Hinsicht falsch. Zum einen lag Hitlers Priorität nicht bei Kursk, sondern im Donbass. Hitler betrachtete das Donetskbeken als wirtschaftlich äußerst wichtig. Deshalb wollte er im Frühjahr oder Sommer 1943 lieber dort angreifen, um den Frontverlauf für die Wehrmacht zu verbessern und den Donbass gegen sowjetische Gegenoffensiven abzuschirmen. Doch alle Generäle sprachen sich gegen Hitlers Idee aus. Sie überredeten Hitler lieber bei Kursk anzugreifen. Ihr Argument lautete, nur durch die Zerschlagung der sowjetischen Truppen im Kursker Bogen, könne man die Rote Armee 1943 entscheidend schwächen. Zum anderen ist die Behauptung, die Operation Zitadelle sei Hitlers Idee gewesen, noch aus einem anderen Grund falsch. Der Vorschlag, den Kursker Frontbogen durch einen Zangenangriff von Norden und Süden abzuschneiden, stammte nämlich gar nicht von Hitler. Ich habe mehrere Jahre lang in den Unterlagen der Wehrmacht gesucht, von wem die Idee ursprünglich stammte. Die Antwort habe ich im Jahre 2010, also vor 10 Jahren, im Bundesmilitärarchiv in Freiburg gefunden. Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie groß meine Freude war, als ich endlich das gesuchte Dokument entdeckt habe. Daraus geht eindeutig hervor, dass die Idee zum Zangenangriff auf den Kursker Frontbogen von Generaloberst Rudolf Schmidt stammte. Schmidt war damals Oberbefehlshaber der 2. Panzerarmee. Im Gegensatz zu den Behauptungen, die sich bis heute in der Literatur über die Kursker Schlacht finden, war Hitler also keineswegs fixiert auf den Kursker Frontbogen. Und auch gegenüber der Idee des Zangenangriffs blieb er skeptisch. Er war bis zum Ende nicht wirklich überzeugt von der Offensive auf Kursk, die ihm seine Generäle eingeredet hatten. Und deshalb war er auch sofort bereit, die Offensive abzubrechen, als sie stecken blieb und die Rote Armee zum Gegnerangriff antrat. Aber zurück zum Hauptthema meines Vortrags, den unterschiedlichen Perspektiven auf die Kursker Schlacht in Russland und in Deutschland. Die wichtigste Frage für mich lautet, warum ist die Wahrnehmung der Schlacht so unterschiedlich? Warum werden in beiden Ländern bis heute Ansichten verbreitet, die nicht den historischen Tatsachen entsprechen? Zunächst möchte ich meinen Blick auf Russland richten. Glücklicherweise ging vor nunmehr fast 30 Jahren der Kalte Krieg in Europa zu Ende. Seit den 1990er Jahren haben russische Historiker nicht nur freien Zugang zur westlichen Forschungsliteratur über die Schlacht bei Kursk, sondern auch zu den Akten in den deutschen Militärarchiven. Leider nehmen jedoch bis heute nur relativ wenige russische Historiker die Forschungen aus Deutschland wahr. Und nur eine sehr kleine Zahl von Forschern, die über Kursk schreiben, nutzt die Möglichkeit, mit deutschen Originaldokumenten zu arbeiten. Viele russische Historiker glauben leider lieber weiterhin an die Richtigkeit jener sowjetischen Darstellungen, die jahrzehntelang das Bild der Schlacht bei Kursk bestimmt haben. Und leider sind nach meiner Erfahrung immer noch viel zu wenige Russen bereit, diese Darstellungen durch den Abgleich mit deutschen Dokumenten in Frage zu stellen. Ich möchte Ihnen dazu zwei Beispiele bringen. So wird bis heute in fast allen russischen Büchern über die Schlacht bei Kursk diese Karte abgedruckt, die schon in der sowjetischen Literatur zu finden war. Sie zeigt die angebliche deutsche Planung für die Operation Zitadelle. Ich möchte ihre geschätzte Aufmerksamkeit vor allem auf die Darstellung lenken. Die Deutschen hätten von Süden aus ursprünglich direkt nach Norden auf Kursk vorstoßen wollen, und zwar über die Stadt Obojan. Außerdem, so die Karte, hätten die Deutschen im Westen von Kursk drei Fesselungsangriffe durchführen wollen, darunter einen Vorstoß aus der Gegend von Vorosbar-Rilsk. Das stimmt jedoch nicht. Die sowjetische Karte ist falsch. Ich zeige Ihnen hier noch einmal meine eigene Karte, die ich anhand der deutschen Originalunterlagen erstellt habe. Darauf sehen Sie, dass die Deutschen niemals die Absicht hatten, über Obojan auf Kursk vorzustoßen. Von Anfang an war geplant, den Stoß über Prochorowka zu führen, und auch ein dritter Fesselungsangriff bei Vorosbar-Rilsk war nicht geplant. Für das zweite Beispiel möchte ich gleich bei Prochorowka bleiben. Bis heute behaupten russische Historiker, das zweite SS-Panzerkorps habe bei Prochorowka 200 oder sogar 300 Panzer verloren. Woher wissen Sie das? Sie wissen das nur aus sowjetischen Quellen und haben die deutschen Unterlagen dazu nie überprüft. Ich zeige Ihnen hier zwei verschiedene Originaldokumente der Wehrmacht und der Waffen-SS. Aus ihnen geht hervor, dass das zweite SS-Panzerkorps bis zum 17. Juli 1943 insgesamt 33 Panzer und Sturmgeschütze als Totalverluste gemeldet hatte. Am 28. Juli, als der Ingenieur des zweiten SS-Panzerkors alle Nachmeldungen erhalten hatte, korrigierte er die Zahl der Totalverluste auf insgesamt 44 Panzer und Selbstfahrerfäden aller Typen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun können Sie sich selbst die Frage stellen, wie soll das zweite Panzerkorps allein bei Prochorowka 200 oder 300 Panzer verloren haben, wenn es während der gesamten Offensive auf Kursk nur 44 Panzer und Selbstfahrerfäden verlor? Doch nun ein kritischer Blick nach Deutschland. Westdeutschen Historikern standen die meisten erhalten gebliebenen Unterlagen der Wehrmacht über die Schlacht bei Kursk schon seit den 1960er Jahren zur Verfügung. Damals gaben die USA ihre erbeuteten Akten an die Bundesrepublik Deutschland zurück. Nach dem Ende des Kalten Krieges erhielten die deutschen Forscher Zugriff auf weitere wichtige Dokumente, nämlich aus der Tschechischen Republik und aus Russland. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, dem DHI Moskau persönlich sehr herzlich für das Projekt German Documents in Russia zu danken. Mir selbst sind die deutschen Beuteakten, die seit einigen Jahren vom DHI online gestellt werden, eine unschätzbar wichtige Hilfe für mein aktuelles Projekt. Seit vielen Jahrzehnten stehen deutschen Historikern also die wichtigsten Originalunterlagen der Wehrmacht über Kursk zur Verfügung. Aber auch in deutschen Veröffentlichungen über die Schlacht bei Kursk wimmelt es bis heute von Legenden. Zum einen dominiert noch immer die Sicht aus den Memoiren der deutschen Generalität die Darstellungen. Zum anderen wird der östliche Kriegsschauplatz, also der deutsch-sowjetische Krieg, nach wie vor unterschätzt. Lediglich die Schlacht bei Stalingrad bildet eine Ausnahme. Aber von Stalingrad abgesehen sind die Schlachten an der Ostfront, darunter auch Kursk, in Deutschland völlig unterbewertet und unterbelichtet. Während in Russland allein in den letzten Jahrzehnten Dutzenden neue Bücher über Kursk erschienen sind, gibt es bis heute insgesamt nur zwei wissenschaftliche deutsche Monographien über diese Schlacht, nämlich die beiden hier gezeigten Arbeiten von Ernst Klink und von Roman Töppel. In den letzten Jahren ist mir mehrfach passiert, dass mich Leute gefragt haben, worüber haben sie zuletzt gearbeitet? Meine Antwort, über die Schlacht bei Kursk. Daraufhin kamen mehrfach die Fragen, wo liegt Kursk eigentlich und wann fand diese Schlacht statt? Dabei war die Schlacht bei Kursk nicht nur die größte Panzerschlacht, sondern überhaupt die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Doch warum ist die Schlacht bei Kursk in Deutschland so unterbelichtet? Woran liegt das? Zur Beantwortung dieser Frage muss ich vor allem den russischen Kolleginnen und Kollegen zunächst etwas Grundlegendes erklären. In Russland herrscht ein berechtigter Stolz auf die Leistungen der Roten Armee und des eigenen Volkes während des großen Vaterländischen Krieges. In Deutschland ist die Situation ganz anders. Hier herrscht die Scham über den Krieg vor. Alles wird überschattet von den furchtbaren Verbrechen, die von Deutschen 1939 bis 1945 begangen wurden. Es gibt keine Denkmäler für die erfolgreiche Feldherren oder Siege der Wehrmacht. Im Gegenteil, das deutsche Militär wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer kritischer betrachtet. Klassische Militärgeschichte und vor allem Operationsgeschichte ist unter vielen deutschen Akademikern bis heute geradezu verpönt. Bernd Wegner, einer der namhaftesten deutschen Militärhistoriker, hat schon 1995 geschrieben. Die für die westdeutsche Geschichtswissenschaft charakteristische Geringschätzung der historischen Bedeutung militärischer Abläufe und Sachverhalte hat dazu geführt, dass sich die Weltkriegsforschung an den Universitäten der Bundesrepublik primär nicht-militärischen Themen zugewandt hat. Nicht wenige jener Forscher, die sich seit Jahren mit Problemen des Krieges befassen, scheinen geradezu stolz darauf, das innere Gefüge der deutschen Militärmaschinerie nicht zu kennen. Diese Zeilen schrieb Bernd Wegner bereits vor 25 Jahren, aber sie haben bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Als ich vor einigen Jahren auf einer historischen Tagung in Torgau war, wurde ein namhafter deutscher Universitätsprofessor vom Publikum gefragt, warum an deutschen Universitäten so wenig klassische Militärgeschichte geschrieben wurde. Die ehrliche Antwort des Professors lautete, Militärgeschichte ist in Deutschland ein Karriere-Töter. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Operationsgeschichte der deutsch-sowjetischen Front in Deutschland so vernachlässigt wird. Auch in Deutschland wirkt der Kalte Krieg nach. Jahrzehntelange wurde und wird bis heute die deutsch-sowjetische Front vernachlässigt, weil die westallierte Geschichtsschreibung und deren Fixierung auf die Schlachten der westallierten nachwirkt. Dementsprechend finden sie in Deutschland zwar operationsgeschichtliche Bücher über die Kämpfe in Nordafrika, bei Monte Cassino, über die Invasion in der Normandie oder die Dänenoffensive. Aber fragen Sie, in einem deutschen Buchhandel mal nach einem Buch, beispielsweise über Dubno 1941 oder Harkov 1942 oder die Kämpfe im Donetskbecken 1943. Fehlanzeige. Es gibt darüber kein einziges deutsches Buch. Und während in England und den USA mittlerweile relativ viele militärgeschichtliche russische Bücher und Aufsätze übersetzt wurden, gibt es bislang leider kaum Übersetzungen ins Deutsche. Ich möchte deshalb zum Abschluss meines Referats noch einmal die deutsch-russische Zusammenarbeit loben, wie sie vom DHI Moskau praktiziert wird. Anhand des Beispiels der Schlacht bei Kursk zeigt sich sehr gut, wie wichtig es ist, diese Kooperation nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern weiter auszubauen und zu vertiefen. Mit diesem Wunsch möchte ich meinen Vortrag beenden und danke Ihnen sehr für die Einladung zu dieser Konferenz und für Ihre Aufmerksamkeit.